Der Bergsteiger der Welt der sogenannten Seven Summits, also die jeweils höchsten Berge der sieben Kontinente. 2006 eröffnete er in Südtirol das umstrittene Messner Mountain Museum. Bevor er aber Museumsdirektor wurde, saß er eine Legislaturperiode lang für die Grüne Partei Italiens im Europaparlament. Also es war schon für mich auch interessant zu sehen, wie im Hintergrund ein Parlament funktioniert. Ich war ein Quereinsteiger, wenn Sie so wollen, ein Außenposten. Ich hatte keine großen politischen Erfahrungen, aber ich war ein Praktiker. Ich bin ein Praktiker. Ich bin als Umweltschützer ja nicht unter die Fundamentalisten einzuordnen, sondern ich selber betreibe Bauernhöfe. Ich selber weiß, was die Bauern für Probleme haben, wo man das vielleicht auch besser machen könnte. Ich weiß, dass ein Bauer auch überleben muss. Aber es geht eben darum, nachhaltig zu gestalten, auf das wir weiterhin mindestens in Europa überleben können. Am Ende geht es um eine Weltregierung. Das kriegen wir wahrscheinlich nicht hin. Ich hatte auch Angebote, auf eine Liste wieder zu kommen, um nochmal fünf Jahre im Parlament zu bleiben. Ich habe es dann nicht getan, weil ich mehr Verantwortung hätte übernehmen müssen in einer zweiten Periode. Und inzwischen diese Museumsidee so weit geliehen war, dass ich die hätte aufgeben müssen für eine zweite Kandidatur. Und ich glaube, dass ich in meiner Position außerhalb des Parlaments mindestens so viel erreiche, wie wenn ich jetzt ein Mandat habe. Und rein wirtschaftlich brauchte ich es nicht und habe es dann nicht mehr getan. Sie haben ja alle großen Berge bestiegen. Haben Sie so eine Art Lieblingsberg, einen Berg, wo Sie sagen, ja, da würde ich gerne nochmal rauf? Ich war gerade unter meinem Lieblingsberg, den ich noch nicht bestiegen habe, der auch verboten ist, den ich vielleicht nie besteigen werde. Und mein Lieblingsberg ist immer der, der mich am meisten beschäftigt. Und immer einer, den ich nicht bestiegen habe. Denn ein bestiegener Berg wird banal. Was war der Lieblingsberg? Der heißt Machapuchare und ist ein 7000er, knapper 7000er in Nepal. Vielen Dank an Reinhold Messner. Getroffen habe ich den Extrembergsteiger beim Literaturfestival Nach Oben Offen am 29. Mai in Wiesmoor. Ollis Radio Show. Zweimal im Monat hier bei Oldenburg 1. Ollis Radio Show. Schalten Sie ein, dann schalten Sie ab. Ollis Radio Show. Schalten Sie ein, dann schalten Sie ab.